Herzlich Willkommen zurück in Steelport, liebe Freunde, und Willkommen zurück zu Let's Play Saints Row 4. Ja, der gute Nox steht in den Startlöchern. Und ich würde sagen, da wir die letzten Folgen echt einiges an Geplänkel gemacht haben. Alles total sinnlose Klamotten. Legen wir dich mal wieder einen drauf, einen zu, einen Zahn zu. Und machen die Loyalitätsaufgabe für den guten Johnny. Hallo? Hey, Mann. Schau, Johnny muss mit so vielen Leuten zu töten gehen. Also, denkst du, du könntest für uns einen Genki-Bowl wieder kreieren? Genki-Bowl? Oh, absolut. Ich werde mir einen Moment geben. Gut. Sag Johnny, mich da zu treffen. Hi. So, ich versuche gerade währenddessen mal mein Display einzustellen hier. Willkommen zu den bewerten Gründen, Genki-Fans. Dieses Event sieht heute den Kopf der 3. Strait Saints und seine Nummer 1-Gun, gegen die Hallen der Tod und der Dschwelle, das ist Genki-Bowl Arena. Werden sie überleben? Werden sie zu der Feinde fallen, das ist dein Lieblingsprofessor? Okay, das ist äh... Genki-Bowl? Was ist ein Genki-Bowl? Ja, das ist ziemlich leicht. Wir haben einfach alles vor allem in fronte. Einmal noch extra Punkte für nicht sterben. Naja, damit wir's machen. Der Genki-Bowl wird toll mit meinen neuen powersen sein. Es ist einfach fair für dich, wenn du dich nicht mehr für Superpowers haben, wenn Johnny nicht. Superpowers? Lass uns das einfach so wie wir damals waren. Okay, wir fangen mal... Superpowers. Für jetzt. Ich nehme die mit und nehme die mit. Man, es ist so großartig, dich wieder zurück zu haben, Johnny. Wenn wir alle glaubten, dass du tot bist, dann... Ich kann nicht glauben, dass du eigentlich ein Trans-Euro-Pieße wie Philippe Loren und dann, wenn du das Beste aus mir bekommst. Es war kein Picknick für mich, in diesem Zinjak-Fuckers-Torcher. Wir sind nicht so der Schrotflink-Type. Gehen mal auf unsere Pistolen. Ich weiß nicht, dass du in diesem Schrotflink-Side-Scroller all that time re-living Aisha's Death, all day, every day, das hat mir viel Perspektive. Perspektive? Von was? Shit, man, alles. Ich versuche einen Moment hier, nicht zu verhören. Wie kriegen wir denn die Türen da durch? Wie kriegen wir denn die Türen da durch? Wie kriegen wir denn die Türen da durch? Ich habe jetzt die Türen, die sie verhören. Wie kriegen die Türen, die nicht den gleichen Rönnen und Vise-Kings. Siehst du, ich habe das vorhin schon einen Rönnen genommen. Sieh, das hätte ich das für eine Kran genommen genommen. Ah, ja, die Türen haben wir gut aus. Ich habe Kinsey über alle diese Simulationen, die auf Menschen persönliche Erinnerungen darauf gehalten. Meine war mir wirklich sicher. aber ich bin interessiert, was dir war. Ja, es war ein... Hauptsache, Johnny hat seinen Spaß. Ein Welt, in der niemanden zu töten, oder? Was zur Hölle? Nein, ich verstehe das. Geh, das ist von der Periken. Oh, wir sehen ihn. So, warum bist du nicht in der sitcom? Was ist so schrecklich, über eine verdammte Version der Rust-Belt-City, wie Steelford? Oh, wow. Dixer. He. Easy. Fuck no. Wenn ich nicht meine Kuh habe, dann rauskomme ich. He. Respekt. Okay, keiner mehr da. Dann gehen wir auf. So. Hm. Das war jetzt, glaube ich, nicht gut. Also, unethische Schilder lassen wir stehen. Extended Reality! Schwein! Na gut. Wir gehen mal auf die Pumpe hier. Wie kriege ich die denn da durch? Äh, wir gehen doch nicht auf die. Johnny. I해. Johnny, Johnny, Johnny. Johnny. Oh Gott, oh Gott, ich glaube, es läuft die Zeit davon. Uppsala. Scheibenkleister. Gut, äh, Get-Zeit, Spaß-Zeit, ja. Da lief gerade irgendein Countdown, wenn ich das richtig gehört habe. Genki-Bowl? Was ist ein Genki-Bowl? Ja, der Geist ist ziemlich leicht. Juste alles in front of you. Extra points für nicht sterben. Say no more. Let's do this. Oh, Genki-Bowl ist going to be great with my new powers. Aber es ist wirklich fair für dich zu haben, wenn Johnny nicht. Superpowers? Let's just do this wie wir used to. Oh, okay, okay. No superpowers. Für jetzt. Okay. Man, es ist so fucking great to have you back, Johnny. Wenn wir alle gedacht haben, du warst, dann, du... Ich kann nicht glauben, dass du eigentlich ein Trans-Euro-Pieße-Shit-Shit-Shit-Shit-Shit-Shit-Shit-Shit-Shit. Philippe Loren would ever get the best of me. Ja, damit wir den Cola-Dosen haben oder auch schon mal. Yo, it was no picnic for me either, being stuck in that Zinyak-fuckers-Torture-Porn. Ich weiß aber noch nicht, wie ich hier die Dinger benutze. You know, being stuck in that fucked-up-sidescroller all that time, reliving Aisha's death, all day, every day, gave me a lot of respect. Yeah, Nico! Perspektive? Oh, what? Shit, man, everything. Look, I'm trying to have a moment here. Don't ruin it. I'm just saying. And when you're forced to relive the worst fucking thing in your life a million times, you can't help but feel it. Cash in pocket! What do you mean, different? Well, I appreciate things now. Like murdering these fools instead of the same generic Ronin and Vice Kings over and over. See, before, I would have taken that for granted. I heard Kinsey talk about all these simulations being based on people's personal nightmares. You know, mine was fucking obvious, but... I'm curious, what yours was. Yeah, it was, uh... Oh, shit. A 1950-sitcom. What? A world where nobody kills, right? What the hell? No, I get it. Jeez. What? Ach, ich idiot. So why aren't you in that sitcom anymore? I mean, what's so scary about a fucked-up-version of a rust-belt city like Stilford? Ziniak things put me in a place where I don't have my crews gonna break. Bam. Diese Schweine-Priester. I don't have my crew, then I'll get my crew. Heh. Respect. Ja, leck mich doch am Arsch. Oh. Hm. Ja, gehen wir mal ein bisschen Dedo-Action hier. Der gute alte Penetrator. Johnny. Oh, shit. Oh, shit. Sollte echt aufpassen, wo ich ihn schieße. Nehmen wir die Pistolen wieder. Komm schon. Weg, 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 wir müssen raus hier, wir müssen raus hier. Naja. Ja. Ja, das war großartig. Wait, da ist mehr zu das? Was ist das? Du hörst, Mann. Play progresses bis zum zweiten Rund. Okay. Hey, Matt. Flippe meine powers back on. Fine. Aber Hardy sieht fair. Matt, verdammt! Was machst du? Oh, gee. Ich weiß nicht, was passiert. Hehehehe. Du trägst es gut. Just fix it! Hehehe. Yeah, we are a toilet. Na gut. Na gut. Dann... Wir rüsten mal auf. Warte mal. Querschlägergewehr tauschen gegen. Warte mal. Querschlägergewehr tauschen gegen. Da kriegst du ja Augenkrebs. Alter Schwede, da flackert die aber die Pupille, du. Geht doch. Bevor das war Stilportler. Luchadores, evil-hackere und europäische Arschlöger in schlösen. Luchadores? Was, du meinst Wrestler? Ja, genau. Und ich dachte, Stillwater hat einige verdammte Gangs. Yo, was über Philippe? Er war St-Enterie Nummer 1. Aber du weißt, wie das geht. Ja, du kannst nicht nach einer gehen, ohne die ganze Stadt. Die gute Sache hatten wir Kinsey, Zemos und Oleg. Ja, ich bin jetzt im Moment ein bisschen ruhiger, damit die Gespräche da ein bisschen lesen und gehört werden können. Ja, ich weiß nicht, ob Zemos das gemacht hat, aber Oleg ist... Shit, man, mit einem Namen wie Oleg, ich glaube, er war ein großer motherfucker. Man, das erste Mal, dass ich Oleg kennengelernt habe, er war naked und war in eine große Maschine. Äh, yo. Yo, Stilportler klingt wie eine Party-Town. So, diese neue Crew, sind wir gut? Ja, niemand kann dich, John. Äh, bitt mich. Aber wirklich. Lass uns was da nicht. Das ist eine ganz bescheuerte Idee. Die Leute haben ja gerade gesehen, was da passiert ist. Es freut mich, wie sie immer so viel mehr kennt, als alle anderen. Aber wir können ja eigentlich auch auf die Schrote wechseln, denn wir sind ja relativ nah am Feind. Ja, nein, nein. Ja, nein, nein. Ja, nein, nein. Was ist das für Asha? Ja, was ist sie? Sie ist ein Profesional Spie, Mann. Sie sagen nicht, was sie nicht. Sie ist gut, doch, richtig? Sie fühlen sich ein bisschen in die Runde, Johnny? Nein, sie fühlen sich nicht. Ja, ich glaube, sie ist nicht in die Runde, wenn sie sich in die Runde zu sein. Oh, das ist doch nicht. Ja, ich bin auch. Ja, ich bin auch noch ein bisschen. Ja, das war. Das ist doch nicht so. Was ist das? Ja, das war. Auch, das war's. Genau, aber... Kann doch wohl nicht wahr sein hier Scheiße ehrlich Noch jemand vielleicht Boah, f*** euch Guck mal eben so einen Typen den ich hier durchschmeißen kann Danke Ah, Hilfe Hilfe, Hilfe, ich hau mal lieber ab Vielen Dank Boah, nicht mehr eine Runde Boah Halt, bevor wir gehen Yo, Matt Huch mich mit ein paar Superpowers Wirklich? Aber nicht mich in eine f*** Toilette F*** F*** Yo, wenn du bereit bist Na gut, wenn der gute Johnny spielen möchte Dann spielen wir Das ist ein Spiel, das wir eigentlich beherrschen Oh, du willst zu machen, die Scheiße bringen? Wir können über das stank-ass Perfume Die Oversized marital age Und das purple cat Pierce was trying to breathe Hey, he came close that one time Yo, dude Grape saints flow dumped on your fern Is not a hereditary trait For what it was Look at this The Genki girls have entered the arena I can't wait to see the carnage Hey, about shit Genki girls? Oh, wie süß Oh, wie süß Das ist auch Cash in Pockets Indeed Sie hat sich viel verändert Ja Oh, aber sie ist nicht der einzige Die hat die Tore her Von der Tod Ich weiß, Pierce sieht gut Wenn Pierce hat so viel Seins Flow Ich glaube, er kann nicht sterben Wie ist der tot? War ja nicht irgendwo einer? Oh, egal I know how you felt I had nobody on my side in that fucking simulation And half the fauna murdering is doing it alongside a friend Oh, me too Ah, Jesus Now, can we quit being pussies and shoot these fucking mascots? I hope you don't mind, but I took this opportunity to create something special for you two Well, more for Johnny, really Should I be concerned? You'll find out soon Baaah Hallöchen Na, aber ihr gegen die Gürze, ihr dürftet aber bei mir auch ein bisschen Johnny, kommst du? Okay Nee, nee, nee Ich werd da nicht durchs Wasser gehen Ich trau den Braten hier nicht Kommen Sie, Mr. Gat Alles cool, es hätte sowas wie so eine Soap in die Form waren, ne? Ja Komm, wer geht das? Oh Ich brauch mal einen Menschen Johnny darf ich da ja wahrscheinlich nicht durchschmeißen, ne? Komm mal her Nö, zählt anscheinend nicht Schade eigentlich Na komm Weiter, 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 weiter So, mit euch geh ich nochmal ganz kurz kurz zurück Ach, leck Nee So viel Zeit muss sein So, dann wollen wir ja endlich auf uns sitzen lassen Johnny hier immer auf dem Blenden, ja? Hallöchen Krieger Ja, jetzt müssen wir mal langsam beeilen, ne? Na, ich geh mal lieber Ja, okay, wir sind hier Jetzt was? Jetzt was? Ach du Scheiße Wahrscheinlich, auch du musst wissen, was nächstes Ja, Johnny Gatts persönlicher Albtraum Na gut, da wechseln wir mal auf, was nehmen wir denn? Gut, siehre, du zu trot Super-ethical-Boss-Boss-Fight, Bobby Das ist der Typ von Konflikt, in dem du in den Attacken leben kannst Du kannst besser als das, Johnny Ja, er kommt von Ja, er kommt von Kann man da nicht dahinter sitzen, oder nicht? Ah, toll Wir haben auch keine Panzerfaust hier. Na, komm schon. Jawohl, wunderbar. Und noch einen. Komm hier, rüchte den Penetrator. Na, komm schon. Und noch einen. Wir haben mal schön gegen die Wand mit dem Dildo. Links, rechts, links, rechts und einfach mal den Feuerball rein, egal ob wir da mittendrin stehen. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Kommst du da mal aus der Ecke? Das musste Johnny machen, das letzte Stück. Und so, believe in Rettung, der Oberhändler des Syndikates ist tot. Wieder. Zack, das war ein Schicksal. Das war es, Bobby. Drama, Comedy, Pathos und Gallons von Blut. Alles, was ich in diesem Sport mache, ist eine sweet Science. Oh, Geschenke. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist ein bisschen wehren für jemanden, aber nur ich. Äh, ja, Matt, hol uns aus. Nein, 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 wartet. Lass uns die Geschenke auspacken. Stopp! Oh, Mann. Wie soll man denn so reich werden? Arschlöcher. Naja, ein bisschen Geld gibt es auch noch dazu. Ja, ich habe mal eben Schluck Kaffee gegönnt. Schluck Kaffee, blablablabla. Mein Gott, wie man als Mensch einen Knoten in die Zunge bekommen kann, das weiß ich bis heute nicht. Und damit verabschieden wir uns von dieser Folge. Und schauen mal, welches Geschnetzel und Gemetzel wir in der nächsten Folge veranstalten. Wir haben nämlich ein paar neue Aufgaben. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.